So Leute, sieht ganz so aus, als würde Bitcoin heute ein bisschen zurückbouncen. Wir werden uns heute also einmal ein relativ großes Pattern für Bitcoin anschauen, das ich rausgesucht habe. Dann beschäftigen wir uns damit, ob der Bounce nachhaltig sein kann. Dann mit den traditionellen Märkten und die ganze Luna-Sache wird tatsächlich noch schlimmer. Es gibt hier nämlich ein neues Proposal, über das ich euch gleich selbstverständlich aufklären werde. Falls ihr also im Besitz von Luna seid, falls ihr UST habt, dann solltet ihr das Ganze auf gar keinen Fall verpassen. Zu guter Letzt schauen wir uns dann nochmal meinen Trade an, der Gott sei Dank zumindest schon mal ein bisschen besser aussieht. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt auch direkt mal loslegen. Und das, was wir hier für Bitcoin sehen können, ist, dass meine orangene Box und meine rote Linie sich als immer noch ziemlich signifikanter Wiesen hat. Hier kann man jetzt sehen, dass wir ziemlich genau am Rand meiner orangenen Box Unterstützung gefunden haben. Dann haben wir versucht, einmal dieses Level zu durchbrechen, wurden zunächst einmal abgewiesen, hatten eine kleine Konsolidierung innerhalb der orangenen Box, hatten ein kleines Fake-Out, kamen wieder nach unten, haben dann wiederum Unterstützung an der roten Linie gefunden und jetzt sehen wir einen weiteren Schub nach oben. Worauf müssen wir denn jetzt hier achten? Naja, zunächst mal müssen wir schauen, dass wir eben dieses frühere Hoch rausnehmen können. Dieses High ist jetzt nämlich tatsächlich sogar tiefer gewesen als dieses High. Was wir also zunächst einmal sehen möchten, ist eine Fortsetzung. Ein High-High machen und dann können wir vielleicht ein paar Retracements sehen, vielleicht einen erneuten Retest und dann eine Bewegung in Richtung der 33.000-Dollar-Marke starten. Das wäre auf jeden Fall ein Szenario, das momentan wahrscheinlich aussieht. Und ich denke auch immer noch, genauso wie ich die ganze Zeit gesagt habe, unter 30.000 Dollar Bitcoin zu kaufen, wird sich auf lange Sicht gesehen auszahlen. Zumindest ist das eine Sache, die ich jedes Mal machen werde, wenn wir nach unten gehen. Jedes Mal, wenn wir nach unten gehen, werde ich ein kleines bisschen mehr Bitcoin akkumulieren. Und ja, wenn wir in ein paar Jahren mal darauf zurückblicken werden, dann bin ich mir sicher, dass das eine gute Wahl gewesen sein wird. Außerdem, mein Trade ist momentan nicht in einem Riesenverlust. Ich meine, es sind 30.000, also es ist schon eine ganze Menge, aber nicht ansatzweise so schlimm, wie es noch vor ein paar Tagen gewesen sind. Da waren wir, ich glaube, bei fast 60.000. Was man jetzt also sehen kann, ist, mein Einstiegspreis liegt bei 35.000. Sollten wir also zu 35.000 gehen, werde ich wieder im Profit sein. Und ich habe auch überhaupt keine Probleme damit, diese Position zu halten, weil die Funding-Rates sind tatsächlich momentan negativ. Ich werde also tatsächlich sogar dafür bezahlt, diese Position zu halten. Deshalb, für mich geht das auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben jetzt hier im Übrigen auch noch eine ziemlich große Formation bei Bitcoin. Hier, auf dem 4-Stunden-Chart können wir sehen, dass wir das hier haben. Und wir konsolidieren momentan da drin. Das wird höchstwahrscheinlich oder möglicherweise in den nächsten paar Stunden ein Breakout haben. Gestern hatte ich das Ganze jetzt noch ungefähr so gezeichnet. Man kann das also definitiv auf verschiedene Arten und Weisen zeichnen, die auch alle valide sind. Aber momentan glaube ich, dass das hier für mich am besten aussieht. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, ob wir nach oben oder nach unten durchbrechen werden. Wenn wir auf jeden Fall mal rauszoomen und uns das Ganze anschauen, dann sieht es zumindest danach aus, als wollte das Ganze nach unten brechen. Halt als Continuation des Trends. Aber genauso wie ich gesagt habe, wir haben hier massive Unterstützung auf dem Weekly-Chart, wie ich euch auch letztens gezeigt habe. Das hier ist definitiv ein Level, bei dem ich interessiert darin bin, mehr Bitcoin zu akkumulieren. Wenn wir zu den traditionellen Märkten kommen, da hatten wir auch einen ziemlich schönen Bounce nach der Unterstützung bei 3853. Wir beobachten also, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Eine Fortsetzung bei den traditionellen Märkten nach oben wäre natürlich das, was wir präferieren. Die Bitcoin-Dominanz wird momentan auch gestärkt. Wenn man sich mal die Bitcoin-Dominanz auf dem Daily-Chart anschaut, kann man sehen, dass wir hier so eine Art Bull-Flag formen. Wir hatten also einen ziemlich großen Pump und jetzt kann man eben sehen, dass wir diese Flaggenformation bilden, in der der Bitcoin-Preis konsolidiert. Und normalerweise führt eben so eine Bull-Flag zu weiteren Aufwärtsbewegungen. Wenn man sich das Ganze also so anschaut, dann kann es durchaus so sein, als könnte Bitcoin jetzt in naher Zukunft zunächst mal die Altcoins outperformen. Aber das gibt uns jetzt im Grunde genommen einfach nur bessere Gelegenheiten, um zu ziemlich günstigen Preisen Altcoins zu akkumulieren und in diese neuen, kleineren Projekte einzusteigen, die gerade gestartet werden. Und genau das ist natürlich eine Sache, worüber wir hier weiter auf diesem Kanal sprechen werden. So, und jetzt lasst uns mal über Luna sprechen. Luna sitzt jetzt immer noch in der Zwickmühle. Und je mehr ich darüber lese, je mehr Ankündigungen die machen, desto seltsamer wird diese ganze Situation. Das Ding ist nämlich, das, was sie jetzt gestern eigentlich vorhatten, war, sie wollten die kleinen Besitzer von Newstee entschädigen, weil die kleinen Besitzer, die machen rund 99,9 Prozent aller Wallets aus, aber halt eben nicht vom gesamten Newstee-Supply. Jetzt allerdings, als ich das letzte Mal geschaut habe, haben sie etwas anderes vorgeschlagen. Und zwar, Doh Quan hat vorgeschlagen, dass sie das gesamte Luna-Ökosystem folgen möchten. Wenn wir uns das jetzt mal im Detail anschauen, dann wollen sie eine Milliarde neue Luna-Token verteilen. Davon 25 Prozent an die Community von der Governance kontrolliert. Und dann, das hier ist das Interessante, 35 Prozent sollen an Luna-Inhaber geben. Und das schließt jetzt hierbei auch Luna-Inhaber ein, die ja bei 100 Dollar gekauft haben. Und Luna-Inhaber, die bei, was ist das hier, keine Ahnung, 0,0001 Dollar gekauft haben. Was natürlich, ja, eine komplett andere Sache ist. Sollte man jetzt also in Betracht ziehen, dass die Luna, die zu 100 Dollar gekauft worden sind und die gestaked waren oder was auch immer, sollte man die jetzt wirklich genauso gleichzeitig für den Airdrop wie die Luna, die zu Spekulationszwecken zu 0,0001 Dollar gekauft worden sind? Ich persönlich glaube das nicht, aber das ist das, was er vorschlägt. Außerdem soll die Terra-Chain, wie sie derzeit existiert, in eine Chain ohne algorithmischen Stablecoin gefolgt werden. Und auch das ist ziemlich interessant. Die neue Chain wird eben keinen algorithmischen Stablecoin haben. Und ja, ist das nicht eigentlich die Hauptsache für Luna gewesen? Der algorithmische Stablecoin war eben der Schlüssel für Luna. Viele Projekte haben sich einfach nur um diesen algorithmischen Stablecoin gedreht. Deshalb keine Ahnung, wie viel jetzt nach diesem Volk übrig bleiben wird, wenn sie den algorithmischen Stablecoin entfernen. Aber vielleicht ist das ja der einzige Weg, um das Ganze voranzutreiben. Nicht alle sind glücklich darüber, selbstverständlich. Und dieser Kerl hier, Terra Builder Association, ich denke, ich glaube, das ist ein Validator. Also wenn nichts anderes. Aber die schlagen jetzt zum Beispiel vor, 35% sollte eben nicht an die Leute gehen, die spekulieren. Denn die Leute, die zuvor Luna gehalten haben und UST gehalten haben, die sollten seiner Ansicht nach den Großteil dieses Airdrops bekommen. Und man sollte dazu auch noch in Betracht ziehen, ob Luna-Inhaber, also sollten Luna-Inhaber nicht genauso viel bekommen wie UST-Inhaber. Denn klar, Luna ist stark gefallen, aber UST ist auch stark gefallen. Der ganze Sinn von Luna bestand ja eigentlich darin, die Bindung an UST zu stabilisieren. Wenn also die UST-Bindung nicht bei einem Dollar gelegen hat, dann war das gesamte System darauf ausgelegt, Luna zum Absturz zu bringen. Und die Leute, die sich jetzt in Luna eingekauft haben, ich hoffe zumindest, dass zumindest die meisten, von denen sich bewusst gewesen sind, dass Luna eben der Token gewesen ist, dessen Hauptzweck es gewesen war, die Bindung für Luna zu stabilisieren. Wenn sie nicht in der Lage dazu gewesen sind, diese 1-Dollar-Bindung für Terra UST zu stabilisieren, naja, dann war das dazu ausgelegt, auf Null zu sinken. Aus diesem Grund bin ich jetzt auch der Meinung, dass Luna vielleicht in Betracht ziehen sollte, die Tether-UST-Besitzer zu bevorzugen. Weil, naja, UST war einfach nicht so konzipiert, dass es auf weniger als 1 Dollar fallen sinken sollte als Stablecoin. Luna allerdings war genauso konzipiert, dass es eben auf weniger als 1 Dollar fällt, wenn die Bindung nicht bei 1 Dollar liegt. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu betrachten. Eine Sache, die wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollen, ist, dass die Art und Weise, wie sie die ganze Situation gehandelt haben, war absurd. Wie wir wissen, sie hatten ja Bitcoin im Wert von Milliarden von Dollar. Und was haben sie damit gemacht? Naja, sie haben das jetzt offengelegt. Also, zunächst mal haben sie den Großteil der Bitcoin hier verkauft und dann UST gekauft, um die Bindung zu stützen. Sie haben jetzt zunächst mal 1,164 Milliarden UST gekauft, um die Bindung zu stützen, was ja in Ordnung ist, ob das jetzt richtig gewesen ist oder ob das falsch gewesen ist. Darüber können wir diskutieren, aber das ist genau das, was passiert ist. Viel wichtiger ist eigentlich, was danach passiert ist. Denn direkt danach haben sie diese ganzen UST wieder verkauft, um Luna zu kaufen. Also, ja, sie haben so gesehen UST noch mehr zum Absturz gebracht. Sie haben selber dazu beigetragen. Die Luna Foundation hat also selbst dazu beigetragen, dass die UST noch weiter nach unten gegangen ist, indem sie ihre ganzen UST gegen Luna getauscht haben, was eben nicht dabei geholfen hat, die Abwärtsspirale zu durchbrechen. Stattdessen haben sie die UST-Bindung weiter sinken lassen und haben im Gegenzug einfach eine ganze Menge wertloser Luna-Token bekommen, die sie dann gestaked haben. Im Grunde genommen ist also das Einzige, was sie mit dieser ganzen Aktion erreicht haben, ein paar Luna-Inhaber auszuzahlen. Sie sind wirklich komplett dagegen gelaufen, wie das ganze System eigentlich funktionieren sollte. Es werden also momentan Fragen gestellt und es scheint, je mehr Informationen wir von der Luna Foundation und von Do Kwan bekommen, umso mehr Fragen wirft das eigentlich auf, anstatt sie zu beantworten. Das ist also, gelinder gesagt, ziemlich, ziemlich interessant. Ich bin mir jetzt auf jeden Fall ziemlich sicher, dass das nicht das Letzte ist, was wir über die Luna-Situation hören und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wie ihr wisst, ich habe den größten Teil meiner Luna verkauft und hier, wir gehen immer weiter nach unten. Ich habe jetzt noch rund 5-10% von meinen anfänglichen Luna und ja, das war auf jeden Fall ein guter Trade. Ich bin zu einem guten Preis eingestiegen und ausgestiegen. Wenn ich eine weitere gute Gelegenheit sehen sollte, dann werde ich euch das natürlich mitteilen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Vielleicht können wir weitere 20, 30 oder 50x mit einem kurzfristigen Luna-Trade machen. Aber wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden auf Twitter und auf YouTube. Deshalb abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und falls ihr ein paar nette Trading-Boni haben möchtet, dann könnt ihr jetzt ein paar richtig schöne Boni einmal auf KuCoin und auch auf Femex bekommen. Deshalb, falls ihr Bock habt, schaut euch das Ganze mal an. Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit euren Freunden und schreibt auch sehr, sehr gerne einen Kommentar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.